Wir schauen uns heute die Verbrennung von Alkanen an und wie man dazu richtig die Reaktionsgleichung aufstellt. Zunächst mal müssen wir wissen, wenn Alkane vollständig verbrennen, dann kriegen wir als Reaktionsprodukt CO2 und Wasser. So, jetzt können wir uns als erstes Beispiel das einfachste Alkan ansehen, nämlich Methan. Wenn wir also Methan nehmen, CH4 und lassen das mit Sauerstoff reagieren, dann würden wir also hier CO2 und Wasser bekommen. Und jetzt müssten wir natürlich die Reaktionsgleichung ausgleichen. So, wie kriegen wir das hin? Jetzt sehen wir schon, naja, auf der linken Seite steht ein Kohlenstoff, auf der rechten Seite steht ein Kohlenstoff. Das sieht schon mal ganz gut aus. Auf der linken Seite stehen zwei Sauerstoffe, auf der rechten Seite stehen aber drei Sauerstoffe. Hm, wie kriegen wir das jetzt hin? Und außerdem stehen hier auf der linken Seite vier Wasserstoffe und hier stehen dann nur zwei Wasserstoffe. Okay, da können wir ja mal anfangen und sagen, wir machen hier eine 2 vor. So, dann hätten wir schon mal vier Wasserstoffe, vier Wasserstoffe, passt wunderbar. Dann hätten wir hier allerdings auf der rechten Seite vier Sauerstoffe und hier aber nur zwei. Das macht nichts, dann machen wir hier eine 2 vor. Und jetzt gucken wir einmal nach. Kohlenstoff 1, Kohlenstoff 1, Sauerstoff 4, Sauerstoff 4, Wasserstoff 4, Wasserstoff 4. Das heißt, das hier, wunderbar, stimmt. Okay, schauen wir uns das nächste Alkan an und zwar C2H6, Ethan. So, da ist es natürlich so, wenn wir das mit Sauerstoff reagieren lassen, ebenso wieder CO2 und Wasser kommt raus. Und jetzt schauen wir uns an, was müssen wir denn da für Vorfaktoren finden. Jetzt fangen wir erstmal damit an, naja, wir haben zwei Kohlenstoffe, die wir reinstecken, also müssen wir natürlich auch zwei Kohlenstoffe kriegen, die wir rauskriegen. Und dann haben wir natürlich hier, schauen wir uns an, ja, wir haben hier sechs Wasserstoffe, da haben wir nur zwei Wasserstoffe, also machen wir einfach mal hier eine 3 vor. Ja, und dann haben wir die Wasserstoffe schon ausgeglichen und jetzt schauen wir noch, was ist jetzt mit unseren Sauerstoffen los. Hier haben wir vier Sauerstoffe plus drei Sauerstoffe. Ja, und hier haben wir zwei, also wir dürfen ja davor einfach ein 7 halbe machen. Und dann haben wir es schon, weil hier vier Stück, da drei sind sieben, 7 halbe mal O2 macht sieben Sauerstoffe. Okay, so, dann werden wir uns auf der nächsten Seite hier mal anschauen, was machen wir denn dann bei C3H8. Und kann man denn dann eine Systematik vielleicht erkennen, womit wir auf eine allgemeine Reaktionsgleichung für die Verbrennung von Arkanen kommen? Also, wieder mit Sauerstoff. Übrigens, das mache ich hier so ausführlich, damit man eben auch nochmal Reaktionsgleichungen ausgleichen lernt. Das heißt, wir haben wieder hier CO2 und Wasser. Und dann sagen wir wieder, okay, wir nehmen also hier wieder drei Kohlenstoffe. Wir gehen immer gleich vor. Wir schauen erstmal, okay, drei Kohlenstoffe reingesteckt, müssen wir auch drei Kohlenstoffe rauskriegen. Jetzt sehen wir, hier haben wir also auf jeden Fall acht Wasserstoffe. Und hier haben wir dann eben nur zwei. Das heißt, hier muss wieder eine vier vor. Dann zählen wir nach. Drei mal zwei Sauerstoffe auf der rechten Seite. Das sind sechs. Dann plus vier. Ja, das sind zehn. Also würden wir hier schreiben, zehn halbe. Oder eben fünf. Ja. Und dann hätten wir es raus. So, warum ich dieses zehn halbe hier schreibe, werden wir jetzt mal sehen. Denn wenn wir uns jetzt von hier oben nochmal diese beiden ersten Gleichungen hier holen und die uns nochmal hier unten ansehen, dann könnten wir doch eventuell hier eine Systematik erkennen. Wenn ich jetzt also die allgemeine Gleichung für die Verbrennung von Alkanen aufstellen will. Allgemeine Formel für die Verbrennung von Alkanen ist ja CnH2n plus 2. Und das würde ich jetzt mit Sauerstoff reagieren lassen. Und was ich dann bekomme, ist natürlich hier CO2 und Wasser. So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, können wir jetzt irgendeine Systematik ableiten aus diesen Zahlen hier, die uns sagt, wie könnte die allgemeine Gleichung lauten. So, und jetzt sehen wir schon, jetzt gucken wir uns das mal an. Wir hatten immer vorne, wenn wir so und so viele Cs hatten, NCs, zum Beispiel 1C, hatten wir am Ende auch 1CO2. Hatten wir 3Cs, hatten wir auch hier 3CO2s, 2Cs, 2CO2s. Das heißt, wenn wir hier NCs haben, dann haben wir auch NCO2. So, das heißt, hier muss ein N hin. Jetzt sehen wir auch, kann man systematisch erkennen, Wasser ist immer einer mehr, eins mehr als das Kohlenstoff. Das heißt, hier haben wir 3 Kohlenstoffe, 4 Wasser, 1 Kohlenstoff, 2 Wasser, 2 Kohlenstoff, 3 Wasser. Riecht also förmlich danach, dass wir hier N plus 1 haben. Und dann, was können wir jetzt hier mit dem O2 anfangen? Nun, wenn wir jetzt hier diese 2 auch noch als so ein halbes quasi definieren, das wären ja 4 Halbe. Und dann sehen wir vielleicht auch eine Systematik, weil hier, jetzt könnte man mal sehen, wir haben NCs, also quasi C3 und hier steht eine 10. So, wie passt das denn zusammen? Das passt ja so zusammen, wenn man jetzt mal ein bisschen überlegt, dann würde man hier vorschreiben, 3 mal N plus 1 durch 2. Ja, 3 N plus 1 halbe Sauerstoffe brauchen wir und wir schauen, passt das? 3 mal 3 sind 9 plus 1 sind 10. Gut, hier 3 mal 1 plus 1 sind 4. 3 mal 2 plus 1 sind 7. Also, das passt. Wir haben hiermit die allgemeine Formel für die Verbrennung von Alkanen herausgefunden. Und wir wollen dann auf der nächsten Seite nochmal bei einem größeren Beispiel schauen, ob das denn jetzt auch so passt. Und dann sehen wir, jawohl, das würde wohl passen, denn ich mache jetzt einfach mal, nehme jetzt mal hier C20 und dann H2N plus 2, also H42. So, und das würde ich jetzt also verbrennen. Und jetzt wende ich tatsächlich einfach meine Regel an, die ich dort oben gefunden habe und schaue, ob das passt. Also, wir müssen erstmal zunächst sehen, wir haben hier N mal CO2. Also, wir haben 20 Cs, also muss hier 20 CO2 rauskommen. Und jetzt haben wir 3 mal N plus 1 durch 2, also das wären 61 halbe O2. Und hinten haben wir N plus 1, also 21 H2O. Das prüfen wir jetzt mal nach und schauen dann, ob unsere allgemeine Formel stimmt. Und wir haben 20 Cs, wir haben 20 Cs, wunderbar. Wir haben 42 Hs, wir haben 42 Hs und wir haben 20 mal 2, das sind 40 plus 21 Os. Und dann haben wir das mit, das sind 61, 61 halbe O2. Wunderbar, das passt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und noch ein bisschen das Ausgleichen von Reaktionsgleichungen näher bringen. Und wir sehen uns im nächsten Video.